Ja, willkommen zurück. Neben mir sitzt der Corby Vollmann vom SV Sandhausen und auch an dich, Corby, die Frage nach deinen Top 3 Tipps für junge Talente, die gern Profi werden möchten. Ja, Nummer 1 auf jeden Fall, sei niemals zufrieden mit dem, was du bis jetzt erreicht hast. Arbeite immer weiter an dir, an der Persönlichkeit und an deinen Stärken. Tipp Nummer 2? Tipp Nummer 2, auch ganz wichtig, der Verzicht, sei es die Ernährung, dass man nicht jeden Tag Fast Food essen gehen kann, ist glaube ich klar. Dass man einfach auf die Ernährung und wie man lebt achtet, der Schlaf und auch die Party machen. Tipp Nummer 3? Tipp Nummer 3 ist, viele zusätzliche Trainingseinheiten einlegen, nach dem Training oder auch an den Freitag. Freien Tagen, ganz wichtig. Bei mir war es immer der Abschluss, den ich trainiert habe und irgendwann wird sich das alles auszahlen. Perfekt, super. Corby, danke dir. Gerne.